Hi Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich, oder eher gesagt, wir möchten euch heute ein neues Spiel vorstellen, denn ich habe mit dem Hoshi 82 Contractors gezockt. Und das ist ein Game, da kann man 5 gegen 5 spielen und man muss Punkte einnehmen. Wenn man diese eingenommen hat, läuft eine Zeit ab, indem man ein Datenpaket senden muss oder runterladen muss. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall läuft dann auch nochmal eine Zeit. Und wenn man das dann geschafft hat, hat man diesen Punkt eingenommen und muss zum nächsten sprinten und den einnehmen. Ja, wir haben gegen echt gute Gegner gezockt. Teilweise 2 gegen 5 Leute, wo wir total machtlos waren. Und ja, nachher ging es dann einigermaßen, aber da waren echt ein paar richtig gute Leute dabei. Ich dachte nur Greg oder Blastermaster oder wie er auch hieß. Ja, die waren uns haushoch überlegen, würde ich sagen. Potenzial hat das Spiel auf jeden Fall. Also es macht richtig Spaß. Waffenhändling passt. Also wenn man jetzt sieht, wie schlecht ich war, liegt es nicht am Spiel, sondern an mir selber. Also da muss ich noch ein bisschen üben. Aber trotzdem, wie gesagt, es hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, was da noch kommt. Und was für Updates uns erwarten. Das Spiel kommt im Dezember raus. Wir durften jetzt halt schon vorher testen und ich denke mal, bis Dezember ist auch noch eine gute Zeit. Also 10. Dezember kommt es raus in die Early Access und bis dahin wird mit Sicherheit auch noch einiges an Updates geben. Aber es funktioniert schon alles. Also das Matchmaking funktioniert klar. Im VR ist immer das Problem, dass wir nicht genug Leute finden. Das dauert natürlich ein bisschen. Also wir haben so 5 bis 8 Minuten gewartet, bis wir dann wirklich eine Runde hatten. Aber danach war es kein Problem. Die Leute sind drin geblieben. Wir haben die ganze Zeit zocken können. Ja, wir haben ungefähr so 50 Minuten gespielt. Und ja, ich habe jetzt mal was zusammengeschnitten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay, los geht's. Ah, endlich. Warte, ich komme direkt zu dir. Vielleicht haben wir zusammen eine kleine Chance. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ich habe keinen gesehen. Was schießen die denn? Oh, fickte Scheiße. Alter, ist der gut. Ich habe ihn. Yes. Ich konnte von dir gerade was einsammeln. Das? Keine Ahnung. Ja, das sind diese auch Datenpakete. Du kannst welche kriegen, wenn du welche abknallst. Oh, Schneider am Turm. Pass auf. Alter, er trifft sofort. Direkt hier ist ein Gebäude. Versuch mal über den Berg zu kommen. Ich lenke den ein bisschen ab. Wow. Gott, ich bin so schlecht an diesem Spiel. Das ist echt verdammt hart, ey. Hit. Aber er ist nicht down. Ich muss nachladen. Lasst uns lieber hier, hier jetzt langsam rechts vorsichtig. I think they're going through the building. Yup, yup, yup. The red brick building, is it? Are they in the red brick building? No, no, they're just behind the objective. No, they're just behind the objective. No, they're just behind the objective. Eh, links. No, I'm behind the objective. I see, I see, I'm shared. I see one. Ich komme nicht weiter. Ah, down. Good shot, Greg. Ah, man. He's on the point, man. Respawn. Okay, du lebst noch, Hoshi? Ich bin... Hä? Ich bin noch da. Okay, okay, okay. Just keep capturing. I try my best. Wird geschossen von irgendwoher? Ich komme zu dir, ja. Jawohl, der hat den anderen erledigt. Also ich muss echt sagen, ich bin froh, wenn die Hatsets die Kabel verlieren, ne? Wenn man sich jetzt dreht, ist das echt blöd. Hier... Hast du Kontakt? Ja, hier geradeaus. Oh, was ist denn von uns zu hier? Ey, how the fuck did that work? Screw you, Greg. Habe ich den jetzt gekriegt? Ja. Ach so, wir haben ganz unendlich Munition. Ich dachte... Wow! Wow! Puh! Oh, der Blaster hat mich. I have to reload. Ja, ich hab' ich abgeschossen. Woohoo! Natural bomb killer. Ich wollte sogar sagen, ob du wieder geflogen bist, wenn ich es kann. Ich bin auf dem Dach. On the rooftop. Ja, nicht vergessen. Hier ist, äh, freck the fire on, ne? Soll ich aus Versehen auf mich schießen? Und ist einer. Und ist hier einer. Und ist hier einer. Ich hab'n. Ich hab'n. Got'n. Ich hab'n schon back. Und bin down. Psycho. Wo war der? Oben auf dem Dach war ich. Und der ist jetzt auch auf dem Dach. Ich hab'n gesehen, ja, ich hab'n gesehen. Ich hab'n gesehen, ich hab'n gesehen. Von hoch, von hoch. Boah, Alter, will der mich verarschen? Von hoch? Im Treppenhaus. Im Treppenhaus. Da, hier, sofort rechts, rechts, rechts um, rechts um Ecke. Ja, den. Soll ich irgendwie noch ein bisschen mehr mit den Waffen rum experimentieren. Oh, die Stange war. Äh, warum schießt der denn nicht? Der von mir hinten drin aufgehört, zu schießen? Was ist das für eine Scheiße? Versuch' ich mal eine andere Waffe. Versuch' ich mal eine. Ah, das geht meine Waffe leer. Mann! Hä, wo? Auf dem Dach, ey. Ich hör' auch nur Schüsse. Oh, fuck. Lauf, lauf, lauf. Lauf doch schneller, lauf doch schneller. Dann gehen wir auch aus dem Dach, oder? Was bin ich denn jetzt hier? Ja, ich hör' direkt, dann geht's jetzt. Ne, ist klar. Kommt doch mal klar mit eurem Leben. Ein eins gegen eins hab' ich keine Chance. Und dieser Greg, der ist immer die ganze Zeit geduckt auf dem Boden. Das ist Bullshit. Das ist pure Bullshit. Ich bin jetzt auch gerade voll hart durch die Ecke, ey. Was ist jetzt mit dem Tracking los? Aber die Waffe hat auch das beste Tracking. Ich glaub' auch meine Basisstation gibt halt irgendwann einen ab. Okay. Oh, der Greg, der geht wohl ab. Der Typ. Hart. Also sowas jetzt im VR-Pack-Zocken ist sicher auch cool, wenn wir mit vier Mann sind und wirklich zusammenarbeiten können. Ja. Aber hier muss man echt richtig taktisch vorgehen. Ich hör' immer nur Schritte und dann sind sie meistens vorbei schon. Ja. Das ist ja. Ah, ich krieg's. Hä? Rechts beim Container war einer. Hast du den gekriegt? Nö, ich hab gar keinen gekriegt. Dieser, der ist nicht normal von Bokande. Ach, der ist über uns. Der war über uns, der Typ. I'm gut. Ich bin auch gut. Hey, Karamba. Ich bin gut im Sterben. Also muss man ja auch können, ne? Aber mit dem Aiming hab' ich echt noch tierische Probleme. Besonders, wenn er auf einmal vor mir steht. Was ist denn im Gebäude? Oh, jetzt steht der da oben, ey! Ja, der steht immer noch oben. Aber... Von wo kriegt der mich jetzt? Gehen wir alleine nur am Spielen oder was? Ich glaub, die können da so scheiß Karte überhaupt nicht. Das kommt doch dazu. Ja, und die können die scheinbar auch... Ja, und die können die scheiß Karte. Oh, ne, gegen den Typen hat man keine Chance. Echt nicht. Da bist ja ein totales Opfer gegen den. All right. Let's go. Let's go. I'll go in this way. Wenigstens ausgeglichene Teams jetzt. Ah. Ja, von der Mannstärke her. Ich denke, wir werden uns trotzdem was machen. Lauf, 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 lauf. Das zieht aber auch hoch, die Waffe. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Boah, die Granaten fielen mir dabei jetzt auch was. Nice. Ja, was mach ich falsch? Ich hab auch das Gefühl, dass... Warte mal. Warte mal. Ah, ne, das war bei Warzone. Wo das so komisch war. Boah, die ist ja great, ey. Das Spiel ist gut, aber ich bin einfach... Ich bin einfach zu schlecht. Ich versteh das nicht. Lick halt so nicht am Spiel, Leute. Auf mich schießt einer von... Auf mich schießt auch einer, aber ich sehe überhaupt nichts. Ich bin tot. Okay, da stand gerade Roshi und... Ah. Geil. Der hat sich hinter dir gestellt, wo dein Leiche stand. Und... Ich dachte, du schießt auf mich. Das sah ja immer krass aus. Da sehen wir, was für Waffen die spielen. Das ist auch blöd, ne? Weil man das nicht sehen kann. Oh, ich dachte gerade, du... Da ist einer. Rechts. Dreck. So, ich schaffst den Haken. Komm raus, komm raus. Ich denkst den Hang raus. Okay. Komm raus, komm raus. Komm raus. Man muss echt ein bisschen... Ja, der kommt jetzt, der kommt jetzt. immer wenn ich kann nachladen muss spielen ist da noch einer haben die aber anscheinend alle diese anfangs waffe ja ja ich denke ja warum habe ich den jetzt nicht gekriegt ich habe den so oft gehittet das macht er mich gleich weg wenn ich ihn holen will ein erfolgserlebnis ich hol mir das dokument kopfschüsse oder was das ist auch echt gut ich habe das auch nicht aber mir reicht die waffe volles rohr nach oben ich kann gar nicht erst so präzise treffen ja ich mache immer nur ganz kurze triggern wann geht es eigentlich die haben was anders kann ich auch sein das könnte ich mal probieren ich kann nicht einschalten da ist einer da ist einer da ist einer komm raus komm raus wo du steckst die hippen mich direkt das ist so krass und ziemlich weit weg ich kann so hier entlang gucken da ist einer ich bin voll gettet aber der kippt nicht um der sparen ich bin ein bisschen am äußeren rand der karte und lauf jetzt mal hier rein wo wir hin müssen und dann ist auch mein ende nah denke ich mal ich bin ein bisschen wartet auf die leute die kommen also ich bin bei dem spiel hier kann ich auch nicht zum hoschi werden glaube ich ich bin kurz davor ich merke du bist so still also dauert nicht mehr lange wo versteckt er sich jetzt wieder wieder da schön in der ecke da ist einer da kommt von der blühe bülding da ist einer in der courfjahr da ist einer in der courfjahr ich habe einen okay einer kommt von greg einer kommt von ich denke dahin 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 ja dahin 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 da ist ich sehe nichts ich sehe nichts dann okay sit Der VR ist gut. Tja, ich habe im Einzelnen... Ich bin sofort down, ey. Was für Psychopathen, ey. Ich versuche mal direkt hinter dir herzukommen. Ach, das kann doch nicht sein. Fuck, ey. Boah, nervt das. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Schön durchatmen. Da wartet wieder einer. Hört man sie laufen. Wollt er, wollt er. Ich bin jetzt sowieso tot. Jawoll. Kopfschuss, jubel. Lauf, 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 lauf. Boah, wie sehen wir hier? Ist das übel. Aber gut. Kann nicht mit leben. Blaster, Junge. Komm doch mal runter. Oh, shit, ey. Mac empty. Mac empty. Wiffer scheint's Purs zu bringen. Ist besser als Dauerfeuer. Ich hab' die Granate auf die Fresse gekriegt. Ich hab' die Granate auf die Fresse gekriegt. Ich hab' das ausgeschaltet hier. Hast'n? Ja. Ja, sauber. Wir haben ihn gleich. Jawoll, haben wir. Ach nee, das müssen wir nochmal. Oh je. Oh, ich glitschig. Oh. Ja, dieser Greg, der, der ist nicht normal. Da kann mir keiner was sagen. Wo war der? Oben. In der Halle. Ich war auf diesem Podest. Der guckt jetzt runter zum Spawn. Der guckt jetzt raus wieder. Der guckt runter. Ach, scheiße. Das fucking Magazin war schon da leer. Das hab ich eben auch paar Mal gehabt. Wieso kann ich nicht schießen? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich konnte nicht schießen. Einen hab ich. Ich fand so schön im Visier, wo man sagt, okay, kick, kick, mach. Ich bin jetzt zurückgegangen, weil man konnte nicht wieder schießen. Gesundheit. I'm behind you, Kami. Thanks. Ich mach da so viele Kills, aber wir tun trotzdem verlieren. Was ist hier los? So. Drei Leute gekillt hier. Was war das? Ey, der, der Typ, oh, der fuckt mich ein bisschen ab. Echt. Sorry, ey. Von wo, von wo kommen die hier? Was ist da oben? Mein Gott. Ich lasse da oben im Turm sein, ey. Ist einer tot? Von wo, von wo? Hast du gesehen, von wo? Nee. Punkt ist weg. Ja, ja. Aber ich glaube, hier ist noch ein meiner, ne? Ja. Hab ich. Was ist hier wieder da hinten, ey? Okay, ich glaube, außenrum, rechtsrum. Auch gar nicht so klein, die Map jetzt, ne? Nee. Oh, dieser Blaster wieder. Oh, du hast elf Kills. Ich hab acht. Oh, fuck, ey. Ist ja gar nicht so schlecht, Roshi. Ah, ha, ha, ja. So langsam kommt man rein, wa? Drück, wie so, oder? Sorry. Das war ich. Gibt ja gerade hinter mir, wer einer. Okay, du haste ihn. Komm herunternd. Nein. Nein, nein, nein. Da ist ja keiner. P*****. P*****. Reading from Tupac. Ich bin oben, Arschi. Guck mal, wenn die jetzt oben reinkommen. Sag, wenn du unten irgendwas hörst. Da unten ist noch dieser Wie er ist gut Typ. Da war aber einer. Hey. Kann ich gar nicht erobern, ich hab das hier nicht. Oder viele Punkte. Ich check das nicht. Ach, das ist schon wieder der andere Punkt. Scheiße. Wir haben schon, wir haben schon eingenommen. Dann sind wir schlecht. Checken wir noch nicht, wenn es weitergeht. Ja. Aber das ist wieder die Kackstelle, wo Greg im Gras rum kämmt. Ah, okay. Man müsste vielleicht auch mal mit Handkern anarbeiten, ne? Ja, das wäre auch voll die coole Idee, Boah, ich bin da zu blöd für. Ich probier's gleich mal. Oh, ich hab einen gesehen. Hinter der Mauer ist der. Passend? Ja. Zauber. Ah, ich bin beschossen. Und ich hab keine Position. Reload. Boah, wie schnell laufen die? Boah, das wäre gut beschossen. Boah, das wäre gut. Oh, wie er mir ist. Oh, wie er ist. Oh, wie er ist. Oh, wie er ist. Oh, wie er ist. Oh, der ist mich. Okay. Oh, gut. Okay. Ja wohl, du hast Graig. Alles andere ist unwichtig, außer Graig ist tot. Ja, Graig, Graig. Wir sind beschossen, was wir nicht tun sollten. Ich hab auch einen. Das ist ein Luchser-Fragger. Ja, zu Abschluss nochmal gewonnen, das gibt's hier nicht. Dann kommen wir auch schön hier als ungeschlagener Sieger von Fragers zurückzielen. Gut match, Leute. Gut. Gut. Gut.